Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Anglisch-Schmiedi-YouTube-Kanal. Ich habe heute zusammen mit Dirk eine kleine Mission. Und zwar wollen wir den ersten Hecht dieses Jahr vom Boot fangen. Wo wir sind, was wir vorhaben, was die Köder sind und wie die Stellen aussehen, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Kommt, lass uns starten! Gleich zu Beginn die eventuell lustigste Szene des Tages, und zwar wie der Kameramann ins Boot steigt. Auf geht's, Alex! Ich gebe mal Gegengewicht. Immer schön wegtrinken von der Reling. Den zweiten Lippo drüber. Wir sind angekommen im ersten Spot und ja, sowohl Dirk als auch ich sind schon sehr aufgeregt, was heute passiert und ob überhaupt was passiert. Wir starten jetzt mit zwei ganz unterschiedlichen Ködern. Ich probiere es mit einem Spinnerbait. Die Fische haben lange Ruhe gehabt und ja, dieser Köder sorgt auf jeden Fall für Druck und Lärm unter Wasser. Zusätzlich gibt er einen sehr großen optischen Reiz. Dirk startet mit einem Jerkbait, den zeigen wir auch nochmal gleich, um einfach eine komplett andere Bewegung, ein komplett anderes Laufverhalten zu haben. Wir haben eine sehr ruhige Bewegung und ja, jetzt starten wir erst mal. Das Wasser ist leicht angetrübt, von daher so ein bisschen Schockfarbe. Dirk probiert es mit einem natürlichen Muster, aber auch ein bisschen Schock drin, ein Barschdekor. Jetzt machen wir den ersten Wurf. Auf geht's! Dirk probiert es mit einem Schockfarbe. So, kein großer, aber der Einstieg ist da. Ja, kurz noch was zum Köder. Ich habe hier einen Suchköder verwendet, ein Gleitbeet. Der macht seine Bewegung halt in großen S-Formen halt eben und sucht entsprechend eine große Strecke ab. Das ist jetzt ein Swim, ja, in einem kleinen Special Dekor, ein Black Pursch. Da haben wir den nächsten kleinen auf einen sehr, sehr großen Gummifisch gebissen, 22 Zentimeter. Sehr schön. Das ist Frequenzangeln. Bisher hoffentlich geht es weiter so, Dirk. Macht auf jeden Fall Laune. Gehen wir uns Mühen, ne? Geiler Saisonstart bisher. Das war der Übeltäter von eben. 22 Zentimeter, sehr natürliche Farbe. Headlight heißt diese Farbe. Ehe eine der geilsten Farben, die es gibt. Einfach so ein Weißwischdekor. Stark flankender Köder, 22 Zentimeter. Und ihr habt gesehen, der Hecht war echt nicht groß. Aber auch der hat sich den voll weggeballert. War auch eine lustige Situation, denn eigentlich habe ich einfach schnell eingekurbelt, weil ich über Dirk's Schnur geworfen hatte. Und bei der dritten Kurbelumdrehung ist er drauf geballert. Na ja, so. Jetzt gibt es den ersten Spotwechsel. Neuer Spot, neue Motivation. Obwohl es ja hier echt gut lief gerade. Und dann geht es weiter. So, jetzt sind wir am nächsten Spot angekommen. Wir stehen jetzt hier so bei knapp 8 Meter. Ist noch ein bisschen tief, aber zum Ufer hin geht es dann so leicht auf 2 Meter hoch. Das sollte für Meister Peik, denke ich mal, eine gute Stelle sein. Wo er den Weißfisch letztendlich auflauern kann. Weißfischaktivitäten sieht man ein bisschen auf dem Echelot. Für mehr braucht man das erstmal nicht. Ansonsten wird nach so einem Spot letztendlich geguckt. Na dann, Petr. Ja, hier heißt es heute auch mal gefährlich fischen. Jetzt waren wir sehr auf dem Ufer da. Und haben dementsprechend mal in einen Baum direkt reingehakt. Aber schnell geht es weiter. Einmal ausgehakt. Ja, irgendwie ist so ein bisschen die Mittagsflaute angekommen. Beziehungsweise die ist schon voll da. Seit, ja Dirk, was sagst du? Ich denke mal so seit 3,5, 4 Stunden haben wir mittlerweile keinen einzigen Kontakt mehr gehabt. Das ist echt verrückt, weil es richtig gut losging. Aber, ja, so ist es manchmal. Gerade beim Hechtangeln kenne ich es ganz gut, auch aus den Kiesgruben, dass es mittags eine sehr, sehr krasse Flaute gibt. Und auf den Nachmittagabend wieder besser wird. Um irgendwie doch an Fisch zu kommen, habe ich jetzt nochmal den Köder gewechselt. Ein etwas kleineres Modell und in einer sehr, sehr schockigen UV-Farbe. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie noch den entscheidenden Reiz für die sehr lethargischen Fische gerade auslösen kann. Aber die Motivation der Fische, unsere Köder irgendwie Achtsamkeit zu schenken, ist gerade sehr, sehr gering. Aber wir kämpfen uns weiter durch. Haben jetzt schon etliche Spotwechsel vollzogen. Und ja, jetzt geht es Stück für Stück weiter und wir arbeiten uns auf den Nachmittag hin. Ja, unsere eigentliche Vermutung war, dass wir die Fische heute im Flachen antreffen. Aber der Plan ging leider nicht ganz auf. Deswegen haben wir dann, ja, relativ schnell nach 30, 45 Minuten, als im Flachen gar keine Aktion kam, sind wir eine Stufe tiefer gegangen. Das heißt, wir haben den Bereich gesucht, wo es so von 2,50 Meter ungefähr dann runterfällt auf 6 bis 8 Meter und standen immer so auf einer Tiefe von ca. 4 bis 6 Meter und haben dann da einfach gefächert. Und das war auch heute Morgen der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt nach einer kleinen Pause können wir nochmal angreifen, bleiben in der Tiefe auch so. Das Oberflächenwasser ist ein bisschen wärmer geworden, ca. 1,5 Grad heute über den Tag verteilt. Vielleicht, ja, haben wir mit der Kante ins Flache doch nochmal eine gute Chance, jetzt am Abend bzw. am späten Nachmittag einen Fisch zu holen. Dirk wirft weiter den Jerk bzw. Glidebait. Ich bleibe bei großen Gummifischen immer noch in diesem selben Headlight-Dekor und war hier immer mal im Köder, aber ich mache gar nicht so viele Köderwechsel heute, denn die Fische scheinen sowieso nicht so aktiv zu sein und am Köder scheint es heute nicht zu liegen. Wir haben anfangs ein bisschen durchgetestet, aber wenn die Fische aktiv waren, kamen sie sofort. Von daher hoffen wir jetzt auf eine letzte aktive Phase der Fische und sehen uns hoffentlich gleich nochmal mit Fisch. Besser? Ja. Ja, Mann. So, da ist er. Wahrscheinlich der letzte Fisch für den heutigen Tag. Nochmal auf einen Swim gekommen. Ja, schauen wir einfach mal, was die letzten paar Minuten jetzt noch bringen. Den releasen wir ganz schnell wieder. Ist im Entnahmefenster drinne. Kann also raus wieder. Und. Ja, mit dem tollen Abschlussfisch, den Dirk noch fangen konnte, kurz vor Schluss, wenden wir den heutigen Angeltag. Unterm Strich war es trotz der drei Fische ein sehr schwerer Angeltag. Gerade die Mittagszeit, das waren so wirklich fünf, sechs Stunden, bis in den späten Nachmittag hinein, wo gar nichts passiert ist. Kein Nachläufer, kein Biss, nichts. Aber es war trotzdem ein cooler Tag. Wir hatten viel Sonne, haben die drei Fische gefangen. Das hat echt Spaß gemacht und war zumindest morgens ein kurzweiliges Angeln. Wir hatten auch gerade nochmal ein Gespräch mit einem Einheimischen hier. Die haben es auch probiert mit Gummifischen und schon die letzten Tage und sagen auch, es ist noch sehr, sehr schwer, da es neben dem Kühler, der genau dafür sorgt, noch sehr kalt unter Wasser ist. Und das war auch unsere Vermutung, woran es gelegen hat, warum es jetzt noch so kalt war. Ja, nichtsdestotrotz war es ein cooler Angeltag. Wir probieren es morgen nochmal an einem anderen Gewässer. Das ist insgesamt etwas flacher. Hier ist die tiefste Stelle, Dirk, um die 65 Meter. Ja, das ist doch schon groß. Nicht gerade das flachste Gewässer. Von daher morgen und dementsprechend auch in einer neuen Folge auf unserem Kanal ein neues Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dirk, wir hauen jetzt rein. Für uns geht es nach Hause und morgen geht es weiter. Neuer Tag, neuer Glück. Macht's gut, ciao.